Ich bin Diane Weigmann. Ich bin Johannes Oerding. Und wir waren heute in Hannover im MHH in der Kinderklinik und sind von Station zu Station gerannt. Das war cool, oder? Absolut. Ich glaube, man sieht an unserem Lächeln, dass wir uns nie an unserer eigenen Musik so erfreut haben. Nein, wir haben ganz, ganz viel Lächeln heute bekommen und das tut gut. Ich glaube, wir können gut schlafen. Vielen Dank. Vielen Dank.